Klinikbewertungen auf Yameda Sind Sie auf der Suche nach der besten Klinik für Ihre medizinische Behandlung? Ihre Gesundheit verdient die beste Versorgung, und die Wahl der richtigen Klinik ist dabei entscheidend. Eine der hilfreichsten Plattformen für Patientenbewertungen in Deutschland ist Yameda. Yameda, eine vertrauenswürdige Quelle für Klinikbewertungen Yameda ist eine der größten und bekanntesten Plattformen in Deutschland, auf der Patienten ihre Erfahrungen mit Ärzten und Kliniken teilen können. Die Seite bietet eine breite Datenbank, in der Sie Bewertungen über Kliniken in verschiedenen Fachbereichen finden. Diese Bewertungen stammen von echten Patienten und geben ihnen wertvolle Einblicke in die Qualität der medizinischen Versorgung, den Umgang des Personals und die Gesamterfahrung in der Klinik. Warum sind Bewertungen auf Yameda so wichtig? Im Gegensatz zu reinen Statistiken oder offiziellen Rankings sind die Bewertungen auf Yameda persönlicher und praxisnah. Sie vermitteln die Emotionen und Erfahrungen von Menschen, die bereits in der jeweiligen Klinik behandelt wurden. So können Sie einen Eindruck davon gewinnen, wie gut eine Klinik tatsächlich ist, aus der Sicht derjenigen, die es am besten wissen, die Patienten. Was sollten Sie bei Yameda-Bewertungen beachten? Nicht jede Bewertung auf Yameda ist gleichnützlich. Achten Sie besonders auf die Anzahl der Bewertungen und die Durchschnittsnote. Eine Klinik mit zahlreichen positiven Bewertungen ist in der Regel zuverlässiger als eine, die nur wenige, wenn auch sehr gute Bewertungen hat. Zudem sollten Sie darauf achten, ob die Kommentare spezifische Informationen zu Behandlungen oder Pflege enthalten, die für Ihre Situation relevant sind. Wie nutzen Sie Yameda, um die beste Klinik zu finden? Nutzen Sie die Filtermöglichkeiten von Yameda, um gezielt nach Kliniken in Ihrer Region und mit der gewünschten Spezialisierung zu suchen. Lesen Sie die Bewertungen gründlich und achten Sie auf wiederkehrende Themen, wie zum Beispiel Freundlichkeit des Personals, Wartezeiten oder die Qualität der Nachsorge. Falls möglich, vergleichen Sie mehrere Kliniken, bevor Sie Ihre endgültige Entscheidung treffen. Haben Sie bereits Yameda verwendet, um eine Klinik zu finden? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?